Ah, oh Gott, dieses Spiel. Oh, jetzt ist der Bereich sogar wieder weg. Okay. Gott, Simon, nicht ganz, was ich erwartet habe. Wieso ist der Professor wieder hier? Alles okay, holen wir uns kurz aus. Alles gut, jetzt eine Pause einzulegen wäre zu riskant. Was, wie meinen Sie das? Da, guck mal. Verdammt, Sie haben es gesehen. Das meinte ich. Ist doch egal, es hat mir ein bisschen Spaß. Warum? Warum ist es wieder? Oh, nein. Ich dachte, ich werde nicht los. Ich dachte, ich wäre dich und deine unglaublich witzige Line endlich los. Oh, no. Oh, no, no, no. Ah, gut. Ich dachte schon, ich hätte jetzt nur Argomon oder so. Irgend so ein Quatsch, den selten abziehen können. So, ähm, Kampfbeginn, ja. Ich stelle die Schwierigkeit wieder auf normal. Wenn es uns eh nichts bringt, dann... Oder ist sie wieder auf normal? Oh, nee, normal. Oh, nein. Ich bin nochmal los. No, 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 no. Wieso bist du einen weitergegangen? Ich habe es wieder getan, ich werde es auch immer wieder tun. Jetzt kam der Buff, wo der Fight vorbei ist, kam der Buff. Baby, komm zurück. Noch nicht mal ein Item gibt der Mann. Dieser Sack. Argumon? Argumon, wo schaust du hin? Eine Laterne. Ja, eine Prügelkarotte. Wo? Das könnte zu gebrauchen sein. Dann nehmen wir es mit. Eine Prügelkarotte. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Damn! Wenn ich mal mit Argumon reden lässt er mich hier. Der Sack. Das ist echt gar nichts. Außer der Prügelkarotte. Bald mal schreien. Sure. 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 Da stimmt doch was nicht. Takuma, hier bin ich. Argumon hat ihn auch gesehen, das muss er sein. Achtung! Mann, oh Mann, immer dieselben alten Tricks. Ist doch egal. Seid für ein bisschen Spaß. Ist doch egal. Du machst immer dasselbe, du Arschloch. Ist doch egal. Seid für ein bisschen Spaß. Do you know what I mean? Ich weiß nicht was du meinst. Oh. Gesundheit. Ich habe mich schon lange nicht mal umgesehen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwann mal zwischendurch eine Kiste aufgetaucht ist. Weil wenn ich ein Developer, ich würde das machen, ich würde irgendwann in einem Fight so ziemlich in der Mitte, würde ich Kisten einfach hin platzieren. Ich werde das, was ich machen würde. Das wäre das, was ich machen würde. Ich werde das, was ich machen würde. Ich werde das, was ich machen würde. Ich werde die�leiterin, oder? Das war's für mich. Kollege, mit jedem Mal, wenn du dich zurückziehst, werde ich stärker. Hier, siehst du das? Ich werde nur stärker. Immer, immer stärker. Ich sollte endlich mal an Kunemon das letzte Ei Ausrüstungsdinge geben. Machen wir es zu einem Tank. Warte mal, wir haben ein Machtkristall. Der sicher soll er haben. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Ein Aegis-Kristall oder doch eher mehr HP. Weil 500 mehr HP hört sich besser an als plus 30 in beiden Verteidigungen. Hä, 69 Verteidigung. Dass du nicht fliegst und dass die Atrimon nicht fliegt, das ist mega. Ja gut. Schulbereich waren wir schon. Da ist nichts mehr, nur freier Kampf. Dann gehst du auf zum Aquädukt. Was gibt es hier für einen Kampf? Schick. Ist das ein Kanal? Oh, seht doch, da oben. Ha! Wow, das ist wirklich ein Damm. Ist das der Damm? Der ist ja riesig. Fantastisch. Beim Schreien waren weder ein Kanal noch ein Damm. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier sind sie entlang. Auf geht's. Was ist klar, unter anderem Umständen wäre es jetzt schön mit anderen im Fluss herum zu planschen. Ja. Unter anderem Umständen hast du vollkommen... Ich kann nur mit Professor oder im Fluss reden. Wenigstens hört mir der Fluss zu. Gut. Guck, ja. Dieser Kimono Gami, Gomamon. Wir sind uns doch sicher, oder? Was denn? Dass wir ihm vertrauen? Ja, Saki und Shuji müssten da drüben sein. Wir werden sie retten. Ja, und ich werde niemanden von euch in Gefahr bringen. Los, behalten wir uns. Hätten sie ihren eigenen Partner, wie zum Beispiel dieses nette Gomamon, das sich schon irgendwie zu mögen scheint, dann wäre das was anderes. Was? Das ist jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr davon. Was hast du denn mit dir gesagt? Shooji, du hast es geschafft. Shooji, dann kann ich es auch geschafft. H-h-h-h...教授... Entschuldigung. Ich bin schon... Dude, calm down. Jetzt haben wir noch einen zweiten von dieser Sorte im Team. Holy shit. Nein, nein, nein. Ich werde noch nicht mehr sterben. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr sterben. Na, Saki-mon. Oh? Okay, Rop-mon, das ist nicht gefährlich. Na, hol mal. Ich glaube, wir sind mit dem Haken noch nicht so go� und sagen. Warum wollen wir noch etwas zu sehen? Das heißt, ach, wirklich? Wir sind mit Saki, das ist doch du, richtig? So, genau. Aber wir müssen noch mal… Wenn noch einen schauen sollte, dann... Wir müssen uns nicht mehr fahren. Files hat ständig mit uns gekämpft. Warum ist es jetzt hier? Aber ich denke mal, diese Kämpfe sind rein optional. Ah, 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 Kyôji! Ah, nein, das ist nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr über die Kyôji geflogen. Erkundung? Nani? Na, Nani? What? Dammbasis freigeschaltet. Wir haben jetzt eine Basis am Damm. Apparently we do. Feuerkampf. Oh, ich komme hier gar nicht mehr weg. Gummammon! Komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, you say. Das ist schon mal nicht so was. Ich kann nur mit der Tür oder mit Minoru reden. Die Tür zur unterirdischen Wasserstraße hat ein stabiles Schloss. Nicht aufzukriegen. Äh, wir haben hier zwei Digimon mit scharfen Krallen und eins davon kann Feuer spucken. Maybe we can do something. Ist das der Zugang zu einem unterirdischen Fluss? Sieht nicht aus, als könnten wir da rein. Wird davon Sand oder Köröl versperrt? Nein, er ist verschlossen. Siehst du? Das ist ein ganz normales, altes Schloss. Mit einem Auge drauf. Aber das Muster ist ungewöhnlich. Was für eine seltsame Struktur. Du kennst dich mit so etwas wirklich aus, Minoru. Das könnte man wohl sagen. Naja, es ist ein Schloss, was da hängt. Trotzdem ist das hier alles mit den Gebäuden. Ist das hier mit all den Gebäuden nicht einfach nur irgendeine Parallelwelt? Ja, ganz schön seltsam. Ich frage mich, ob wir hier, ob wir dieses Rätsel jemals lösen werden. Wer weiß. Will dir was sein? Nimm bitte das hier. Ich habe es da hinten aufgesammelt. Eine flinke Banach... Nein, behalte es lieber. Du kannst es besser gebrauchen. Das ist kein besonders triftiger Grund. Boah, hey. Oh, das ist nur eine Nachricht. Was, ein SMS? Wie ist die durchgekommen? Und wieso ist es nur wirres Zeug? Du hast also auch eine von diesen komischen Nachrichten bekommen. Auch? Du hast auch eine bekommen? Heißt das, wir können zu Hause anrufen oder... Nein, leider nicht. Gibt keinen Empfang. Verdammt. Naja, bringt nichts zu jammern. Machen wir uns später Gedanken darum. Was geht? Da kommen wir schon zurück, schätze ich so aus. Aha. Sobald wir uns etwas besser umgesehen haben, geben wir ein anderes Gebiet. Bis später. Gut. You do this. Aquädukt sind Aoi und Lapaamon alleine. Warum? Nicht da soll ich unter den... unter den Damm gehen. Geht nicht. Mit Agumon kann ich nicht reden. Mit Aoi kann ich reden. Damm, Fluss. Ah, okay. Okay, nichts besonderes hier. Was ist mit dem Damm? Boah, der Damm ist riesig. Wie lange der wohl schon nach steht? Nur durchs Ansehen finde ich sein Alter nicht heraus. Ich bin kein Damm-Experte. Er sieht relativ modern aus, würde ich sagen. Erstaunlich, hier gibt es wirklich einen Damm. Können Menschen etwas Großes bauen? Sicher, aber wir wissen nicht, ob dieses Bauwerk wirklich von Menschen stammt. Ah ja, Takuma, das habe ich vor einiger Zeit da drüben gefunden. Ich glaube, ich hätte dafür keine Verwendung. Also nimm du es. Wow, bist du sicher? Ja klar, wenn Agumon und du stärker werden, profitieren wir alle davon. Jetzt hör auf, Aoi. Sei mal ein bisschen selbstbewusster. Tut mir leid, Lapramon. Ich will deine Entschuldigung auch nicht hören. Ich entschuldige. Du bist absolut fähig, Aoi. Lass den Kopf nicht denken. Alles klar, ich versuche es. Ich weiß nicht, ob du sauer oder stolz auf mich bist. Wie kommst du darauf, dass ich sauer bin? Aoi ist ziemlich zurückgehalten, aber hoffentlich kann Lapramon sie aufmuntern. Ich kenne auch jemanden. Die war genauso. Entschuldigung, brauch dich so entschuldigen. Entschuldige. Ah! Ja, beeilen wir uns ja. Ja, gut. Gut, gut, gut. Guck mit der Kamera habe ich ja schon. Hier war ja nichts. Außer ich habe sie gesehen. Oder habe ich mit der Kamera schon geguckt? Nicht seit ich hier bin mit Aoi, oder? Aber offenbar ist hier nichts. Gut. Ich kann nur mit dem Bach reden. Let's take a look-see-look. Okay, ich wollte eigentlich noch eine weitere Folge heute aufnehmen. Aber irgendwie kriege ich gerade übertriebenst hart Hunger. Naja, ich habe dann sieben Folgen jetzt am Wochenende aufgenommen. Es ist also wieder eine ganze Woche abgesichert. Von daher passt das schon. Boah, hier gibt es wirklich ein... Ja! Ja! Ja, gibt es! Kaum zu glauben, dass Menschen etwas so Großes bauen können. Aber der stammt nicht aus dieser Welt. Wie ist so ein großes Bauwerk hier gelandet? Wer weiß, der steht hier schon, solange ich mich zurückerinnern kann. Also ein paar Jahre? Aber um uns Reaktion nachzuschließen, könnte es auch ein paar Tage sein. Hier ist auch nichts. Gehen wir dann einfach rein? Könnten wir. Wo ist der Eingang? Da rein? Wir sollten besser aufpassen. Hier in der Gegend lebt eine wirklich böse Kreatur namens Fengmon. Dieser Mistkiller hat versucht, uns zu unterwerfen. Die Kinder könnten in echten Schwierigkeiten stecken. Wir sollten sie besser vor Fengmon finden. Fengmon, er kann sich verstecken. Aber Moment mal, was ist das da drüben? Ich glaube, ich sehe jemanden. Ja, das sind Saki und Shouji. Und sie werden von irgendwas Großem verfolgt. Oh nein, das ist Fengmon. Oh nein, sie sind in Gefahr. Wir schaffen es niemals rechtzeitig zu ihnen. So, wir tun keine Zeit zu überlegen. Ich lenke ihn ab, um uns etwas Zeit zu verschaffen. Hey, du blöde. Ja, du musst erst an uns vorbei. Gut, er sieht zu uns rüber. Jetzt nichts wie weg. Klaus, du bist nicht frei? Ja, du bist nicht frei? Ja, du bist nicht frei. Nein, nein, du bist nicht frei. Warte, du bist nicht frei. Ich bin frei. Oh nein, Saki ist hingefallen. Oh nein, Saki ist in den Stich gelassen. Warum sind so viele Leute Arschlöcher und lassen Freunde einfach stehen? Oh nein, Saki ist in den Stich gelassen. Oh nein, Saki ist gut. Oh nein, ich bin zu mir. Oh nein, Herr! Oh nein, Saki ist zu helfen? Oh nein. Oh nein, Saki ist in den Stich gelassen. Oh nein, ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Oh, danke. Ich habe es zu helfen. Der Herr, hinter mir! Oh nein, ich bin zu mir. Oh nein, ich bin zu mir. Oh nein, das war zu mir. Naaaaaah! Oh! Oh! Prof, was zur Hölle? Holy shit! Hm? Verletzt an? Wo warst du? Ich fucked with him! Ich habe kein 회 했던 Handschelo und keine sådan was für schwarzen kann! Wo war dieser FAIR? BIT dort COMME! dessus? listed at m-soh, was meinte!? that! nichts... nichts... Das kann nicht sein, der Professor ist abgestürzt. So, ich kann nicht mehr denken, mein Gehirn, mein Hirn ist im Leerlauf. Das war's für mich. abonniere damit habe ich nicht gerechnet kamer beeinflusst aber manns entwicklung ja das habe ich mir schon gedacht sie werden zurückgetrieben wenn das so weitergeht sind die alle erledigt ich stelle im weg rum ich schwinge nur große worte ich wollte sie retten die vertrend und die das ... ...Lablamo! So, das Gefühl, Aoi! 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 Ah, Aoi... Was ist das... Na, Aoi, die Aoi ist so stark. Deswegen hat sie mir die Kraft. Die Kraft von Aoi wird mir beherbergt. Wenn man ein richtiges Gefühl hat, kann man die Kraft. Ich werde das Problem auch benutzen. Ich werde das Problem auch nutzen. Ich werde das Problem auch mit mir verletzen. Ich werde das Problem auch mit dir zeigen. Und, Aoi, ich werde nicht mehr Lablamon sein. Ich werde das Problem mit einer Menschenrechte. Ich werde das Problem mit einem Menschenrechte. Ja gut, ähm... Gut, Lapramon ist nicht mehr so cute, wie es vorher war. Level 8 und Level 7. Okay, euch muss ich off-camera richtig hart leveln. Aber richtig hart. Wo kommst du denn her? Fingermann und Sharon haben sich von unten genähert. Sie sind ziemlich gut in vertikaler Bewegung. Einheiten mit niedriger Sprunghöhe werten, können möglicherweise keine höheren Orte erreichen. Halte die Sprunghöhe werte deiner Einheit im Auge. Ich meine, Lapramon ist jetzt nicht mehr... Also, Domamon ist nicht gerade das cutesteste Digimon, aber... Grauer Lärm. Oh! Endlich kannst du Schaden machen. Warte mal, du hast Licht als normalen Angriff, aber du hast Dark, also Dunkel, für deinen Spezialangriff. Besitzt eine geringe Chance, sie zu versiegeln. Execute? Hat dieser Angriff eine Execute-Chance? Damn! Holy shit! Wait! Das ist deine Fähigkeit. Verringert die Ausrichtungskorrektur um zwei Ringe, wenn du angegriffen wirst. Wait! Um zwei R... Heißt das ist egal, wie Domamon steht? Es bekommt keinen Bonusschaden von egal welcher Seite? Weil, von der Seite ist es ja quasi einfach und von der... Von hinten ist es zweifach. Oh boy!